Musik Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Strong Personality und ich freue mich gerade so mega mega stark, es ist der Wahnsinn, es ist einfach der absolute Wahnsinn. Weil mein eigenes Buch ist da, so harte Arbeit, so lange daran gearbeitet, unglaublich geil, unglaublich geil, es ist jetzt einfach da, hat 155 Seiten, das erste Probeexemplar, ich freue mich so stark, es ist ultra geil, wenn man sein eigenes Buch in den Händen hält, so schaut es aus, Welcome to Australia Made, eine außergewöhnliche Backpackingreise führt ins RTL Jummel Camp, so geil, es fühlt sich so, so geil, Ich bin gerade überglücklich, ich habe jetzt knapp ein Jahr daran geschrieben, es fühlt sich einfach wahnsinnig geil, ultra geil, ultra, ich könnte gar keine Bäume ausreißen, es ist einfach so geil, es ist so geil, überglücklich, überglücklich, wahnsinnig, das ist jetzt gerade im Postkasten drin gewesen, wie es sich anfühlt, so geil, Da steht einfach der eigene Name drauf, ich habe einfach überreißen, ich überreißen gerade gar nicht, ich habe einfach ein eigenes Buch geschrieben, unglaublich geil, unglaublich. Das Ganze wird jetzt dann, ich muss jetzt noch ganz genau durchschauen, ob noch irgendwelche Fehler drin sind, und wenn nicht, dann wird es das Ganze circa in zwei Wochen auf Amazon und auf Thalia, also beim Thalia, dem Buchhändler, zu kaufen geben. Also würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mich unterstützen wollt, wenn ihr euch das Buch holt, also in dem Buch geht es allgemein darum, es ist ein allgemeiner Reiseführer für Australien, also was brauchst du zur Organisation einer Australienreise, welches Visum, welche Auslandskrankenversicherung, welches ist das beste Handynetz und, 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 und. Also sehr, sehr viele organisatorische Sachen sind dabei, auch ein paar Beispielrouten für deine Australienreise, und, äh, meine persönliche Geschichte habe ich auch drin verarbeitet, also mein Jahr in Australien, ja, es war sehr, sehr turbulent, und sehr, sehr außergewöhnlich, wie viele von euch vielleicht wissen, ich bin unter anderem im Erdtirol-Jongelcamp gelandet, ja, wie das alles war, steht alles hier in dem Buch drinnen, äh, ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll, weil ich gerade so über, über glücklich bin. Ich wollte es jetzt gerade mal mit euch teilen, es ist einfach, ah, es ist so geil, es ist einfach so ein geiles Gefühl, ich habe vorher gerade Luftsprünge gemacht, ah, es ist einfach der Wahnsinn, eigenes Buch in den Händen, wie gesagt, das wollte ich nur mit euch teilen, ähm, zwei Wochen ist wahrscheinlich erhältlich, würde mich freuen, wenn es, wenn es euch das Buch holt, auch, ja, weil ihr mich damit unterstützt, weil ihr meine Arbeit dann unterstützt, ich bin wirklich jetzt knapp ein Jahr dran gesessen, und, ja, für das, dass meine Deutschlehrerinnen immer gesagt hatten, Michael, Deutsch ist nicht so deine Sache, ich glaube, ich habe es ganz gut gemacht, ah, ich freue mich einfach mega, wie gesagt, das war eigentlich das ganze Video, lasst mir ein Like da, schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr euch das Buch holen werdet, würde mich sehr, sehr freuen, vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Training, ciao.